Hölschers Palettenservice GmbH. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner. Seit mehr als 20 Jahren sind wir im Bereich An- und Verkauf, Reparatur, Sortierung, Recycling und Handling von Holzpaletten und Gitterboxen tätig. Aufgrund unserer langjährigen Branchenerfahrung im Bereich Ladungsträger bieten wir Ihnen ein komplettes, maßgeschneidertes Dienstleistungspaket rund um die Palette an. Unser Firmenstandort befindet sich in Werne, zwischen Dortmund und Münster verkehrsgünstig direkt an der A1 am Kamener Kreuz gelegen. Auch für den privaten Palettengebrauch, zum Beispiel für den Bau von Palettenmöbeln, ob Auftrags- oder Eigenarbeit, sind wir Ihr Ansprechpartner. Die optimale Verkehrsanbindung, unser eigener Fuhrpark, unsere Zuverlässigkeit und hohe Flexibilität und nicht zuletzt unsere freundlichen und fachkompetenten Mitarbeiter sind Ihre Garanten für einen lückenlosen Service. Denn Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig und unser höchstes Ziel. Zufriedenheit ist uns wichtig und unsere Zufriedenheit ist uns wichtig und unsere Zufriedenheit ist uns wichtig. Und meine Zufriedenheit ist uns wichtig und unsere Zufriedenheit ist uns wichtig. G οuter� Value Böcke